Einige Menschen ziehen mit ihrer Ausstrahlung alle in ihren Bann. Auf die folgenden Sternzeichen trifft das besonders häufig zu. 1. Löwe – Star der Party Löwen haben eine starke Persönlichkeit und nehmen einen Raum sofort ein. Sie sind der Mittelpunkt jeder Party und ziehen bewundernde Blicke auf sich. Ihre extrovertierte und positive Art begeistert die Menschen um sie herum. Prominente Beispiele – Sängerin J.Lo und Herzogin Meghan. 2. Waage – Schamoffensive Waagen sind bekannt für ihren Charme und ihre Offenherzigkeit. Außerdem legen sie Wert auf ihr Äußeres, was ihre Ausstrahlung noch verstärkt. Sie werden oft angesprochen und erhalten Komplimente. Davon können Stars wie Ryan Reynolds und Catherine Cedar Jones ein Lied singen. 3. Skorpion – Geheimnisvoll schön Skorpione haben eine mysteriöse Aura. Sie geben nicht alles von sich preis, was sie besonders interessant macht. Ihre Ausstrahlung fasziniert und zieht andere in ihren Bann. Bekannte Skorpion-Frauen sind Julia Roberts und Anne Hathaway.